Messer als Dartpfeile. Das wirkt wirklich wie aus einem Buch, oder nicht? Aua, ihr habt gewonnen, Dartpfeile! Die Stimmung ist ganz anders als auf dem Stadtplatz. Ob wir hier wohl gut aufgehoben sind? Ich hoffe, dass er sich nicht einfach lockert und dann herunterfällt. Ist das schon mal irgendwo passiert in einem Layton? Wenn, dann im Casino vielleicht. Ja. Könnte es sein. Wie hübsch! Man sieht so einen Kronleuchter nicht jeden Tag in dieser Gegend. Äh, wenn Maya hier wäre, würde sie sicher versuchen, hochzuspringen und eine Kerze mitnehmen. Wie Emi damals. Ja. Moment. Warum würde sie hochspringen und eine Kerze mitnehmen wollen? Damit sie Feuer hat. Huch. Was? So ein Quatsch? Kommt Maya dann so an? Kann mir mal jemand Feuer geben? So, hier haben wir erst mal die anscheinend Chefin. Heyo, Chefin! Ich hab ein paar Gäste für euch mitgebracht. Ein bisschen leiser, bitte. Aber du vertreibst noch meine anderen Gäste. Äh, nee. Oder du vertreibst noch meine anderen Gäste. Du bist im Haus. Schon vergessen? You are in the house. Genau, Maya springt an den Kronleuchter und sagt... Na gut, Kerze. Du hast gewonnen. Was? Gäste, sagst du? Das kommt überraschend und ich weiß, es sind nur ein paar Kinder, aber der Junge hier hat mein Leben gerettet. Sei doch so lieb und bring dem Jungen einen Saft. Der geht auf mich, der Junge. Ich mach den Saft. Schreib es einfach auf meine Rechnung. Das ist mir egal. Hast du dir das Mädchen angesehen? Was hast du dir dabei gedacht? Was hat die denn da? Eine Bombe? Oder ist das... Nee, was ist denn das? Noch ein Flachkornseil? Nein, gar nichts. Das ist ihr Handschuh einfach. Ach so. Oh, ach, die hat so einen Handschuh. Glaube ich zumindest, oder? Ja. Hey, jemand sieht mich jetzt wieder scharf. Ich bin ja auch immer scharf. Ähm, nein. Hm, das funktioniert jetzt nicht. Was? Was? Nix. Oh. Hi, hast du etwa Brot zwischen den Ohren? Du, na? Was? Das Mädchen wird verdächtig, die große Hexe Aquana zu sein. Ah, 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 Flamara? Mach mit sowas keine Witze. Ich hatte keine Ahnung. Wartet mal. Sophie ist nicht Rosana. Wir haben ihre Unschuld bewiesen. Siehst du, Chefin, der Junge sagt auch, dass sie nicht, äh, Tangela ist. Was? Tangela fast nicht. Die große Hexe Tangela. Ist, äh, äh, gegen die große Hexe Tangela ist übrigens sehr effektiv. Das kleine Feuer, das mittlere Feuer, das große Feuer. Aber es ist kein Kraut gegen sie gewachsen. Und überhaupt wusste ich sofort, dass dieses Mädchen unschuldig sein muss. Stimmt, da hat jemand was im Chat gepostet, was ich auch noch auf meiner Liste hatte. Was? Oh, die große Hexe Kangama ist auch schön. Die große Hexe aus Ghana. Ja, die hatten wir auch schon mal. Die hatten wir schon mal. Und die, die nicht zaubern kann, weil sie Karmana hat. Karmana, das ist das Beste, wirklich. Die große Hexe Karmana. Bill, dein Ult-Ult-Ult-Timer-Vermögen, nein, Bill, dein Urteilsvermögen ist in etwa so verlässlich wie Schuhe aus Papier, wenn es regnet. Ich benutze immer Schuhe aus Papier, wenn es regnet. Mich würde ja interessieren, wer euch zu meinem Würzhaus geschickt hat. Das war Inquisitor Aloysius Flamberg. Ei, äh, ei. So war er es. Ihr erzählt das besser niemandem sonst, versteht ihr? Ihr könntet das Leben unseres werten Inquisitors unnötig schwer machen. So wie Emi damals. Ja. Ähm, natürlich. Verstanden. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber... Sag mal, hast du getrunken? Du hast so eine rote Nase. Äh, nein, äh, das ist meine Kameraeinstellung. Ach so, fällt mir gerade so auf. Oder hast du Sonnenbrand? Nein, das auch nicht. Ich bin doch... Ich, also, ich bin... Ich hab von Willians Flaschen gekostet. Ich helfe euch. So wie Emi damals. Können wir mich auch ein bisschen heller machen. Ja, könntest du. Aber ich lass es. Wir machen ja sowieso nicht mehr lange, ne? In eine Lichtgestalt. Ja, lass ruhig. Ihr könnt die Nacht hier verbringen. Das wirft hier an unvorteilhaften Schatten. Das ist wieder so. Ich habe oben ein leeres Zimmer, in dem ihr schlafen könnt. Mit mir. Wir haben hier nicht gerade die reinlichsten Gäste. Also ignoriert das Chaos. Zum Schlafen sollte es allemal reichen. Äh, danke vielmals, glaub ich. Danke für eure, äh, Hilfe. Ähm, vielen Dank für eure Hilfe. Die große Hexe Lex Luthor. Wie wär das denn? Also, falls ich das, was gerade im Chat steht, bewahrheiten sollte, dann, äh, ist jemand bei mir ganz unten durch. Dass du zu viel Orba getrunken hast? Hm? Dass du zu viel Orba getrunken hast? Nein, was anderes, was weiter unten steht. Wenn das jetzt stimmt, oh. Dann, stimmt. Wenn das jetzt stimmt, dann, dann gibt's... Foreshadowing. Naja, gut. Das dürfen nur wir machen. Dann ist das Foreshadowing okay. Wenn's so ist. Wird aber passen. Wegen dem guten Hahn. Freut euch nichts. Freut euch Kinder. Äh, nee, Morgen, Kinder. Wird's was geben. Also freut euch nicht zu früh. Ich habe hier etwas, äh, nichts zu verschenken. So wie Emi. Damals. Ich erwarte, dass ihr euch für diesen Gefallen eines Tages erkenntlich zeigt. So wie... Äh, ja. Boah, bin ich froh, dass Barbara Rossa so eine nette Frau ist. So wie, ähm... Ja, okay. Wir wollen's ja nicht overusen, sondern nur an bestimmten Stellen haben. Ja, ja. Herr Hauer und Frau Rossa sind beide sehr nett. Sieht so aus, als könnten wir uns heute ausruhen, nicht wahr, right? Ja, wir können die Zeit für ein paar Nachforschungen nutzen. Nein, wir sollen uns ausruhen. Eben. Oh, ja, stimmt. Hä? Ja. Hab ich das gerade... Ich hab das... Ja. Ich hab das nicht mal gelesen. Vorschädowing. Unmöglich. Oh, ich fass es nicht. So, solange wir noch können. Morgen wird wohl ein sehr hektischer Tag. Großartige Idee. Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Oh, das steht da ja wirklich. Ich hab's gar nicht gelesen. Hey. Hey. Das war bei mir wirklich so. Ich hab da erst auf den Text geguckt und gemerkt, er hatte... Ich fass das nicht. So, ein Rätsel nicht. Hey, Junge. Dieses Wirtshaus ist ein Ort, an dem Leute wie ich sich wie zu Hause fühlen können. Leider nicht Leute wie du. Aber das ist mir ja egal. Die Chefin hilft immer allen, die in Schwierigkeiten geraten. Ich weiß, sie wirkt ein bisschen ruppig, wenn man sie gerade kennengelernt hat. Aber am Ende hilft sie doch immer allen. Auch bei gewissen anderen Sachen. Aber das kostet extra. Alle hier würden für Barbara ihre Hand anlegen, richtig? Woran anlegen? Das ist das große Feuer. Ja, ja. Vor allem, alle hier würden jetzt für Barbara ihre Hand ins Feuer legen. Sogar ich. Aua, diesmal hast du gewonnen Feuer. Oder das hätte genauso gut jetzt so Dings machen können hier, Bill Hauer. Aua, du hast jetzt gewonnen Feuer. Ja, aber ich würde meine Hand wieder für sie in dich legen. Für sie in dich. So wie in Emi damals. Darauf kannst du einen Besen fressen. Und es schadet natürlich nicht, einen Besen zu fressen. Dass sie so gut aussieht, richtig? Ich verstehe nicht ganz, was ihr sagen wollt. So wie bei Emi damals. Hi ho ho ho. Du bist wohl noch ein wenig zu jung dafür, was? Ich finde das schön, dass solche Sachen auch mit in dem Spiel sind. Die Zeit vergeht. Am besten machst du dich fertig fürs Bett. Dann wirst du schon sehen, was ich meine. Euer Zimmer ist oben. Es ist nicht besonders aufgeräumt. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich hoffe, ihr genießt eure Nacht hier und könnt euch entspannen. Geht einfach nach oben, wenn ihr müde seid. Geht gefälligst nach oben, wenn ihr müde seid. Okay, und was? Nee, sie hat auch kein Rätsel mehr, denke ich. Nein. Kennt ihr und Inquisitor Flamberg einander? Jetzt kommt's. Ja, das hab ich ja sauddoof. Oh, jetzt kommt das wirklich. Okay, ich muss jetzt jemanden hassen. Noch einer auf der Liste. Nach mir. Nein, Quatsch. Ist nur Spaß. Bevor derjenige jetzt in Panik gerät. Ei, das könnte man so sagen. Ja, das ist etwas überraschend, würde ich sagen. Ich meine, Inquisitor Flamberg ist das Oberhaupt der Ritter und ihr seid eine hübsche Frau. Das hast du gut gesagt. Ja, ich weiß schon. Eine nichtsnutzige Wirtshaus, bitte Sitzerin. Richtig. Ei, an den Tatlässen sagt sich nichts ändern. Bist du sicher, dass du nichts getrunken hast? Ja, aber auf jeden Fall. Barbara ist einfach Flambergs Emmy. Das ist es. Ihr seid so unausstehlich, aber... Äh, unterschiedlich. Aber ich denke, ihr vertraut einander wirklich. Ihr seid beide so unausstehlich, ja. Aloysius ist, naja, anders als die restlichen Ritter Labyrinthias. Er hat ein viel größeres Schwert. Für alle anderen Ritter sind wir nichts weiter als dreckige Haufen. Äh, ich meine, als ein dreckiger Haufen, nichtsnutziger Abschaum. Äh, ein dreckiger Haufen, nichtsnutziger Abschaum. So. Nicht ein dreckiger Haufen, nichtsnutziger Abschaum. Nichtsnutzigen Abschaums. Wir sind die bevorzugten Sündenböcke, denn wir machen auch Böcke. Äh, ich meine Sünden. Wenn irgendwo in der Stadt ein Verbrechen verübt wird. Das stimmt. Herr Hauer hatte nichts Falsches getan, als der Professor und ich ihm halfen. Ei. Die Leute haben ihre vorgefertigte Meinung und fragen nicht weiter nach. Aber Aloysius... Aloysius... Barbara! Was? Achso. Herr Flamberg. Das geht nicht. Er ist gerechtfertigt. Er bildet sich kein Urteil. Nur weil jemand... Zwielichtig oder... Schwielig aussieht. So wie... Emi damals. Die sah definitiv nicht unschuldig aus. Oder wegen der Arbeit, die jemand verrichtet an ihm. Er versucht nur, die Stadt mit gerechten und guten Methoden zu schützen. Deshalb hilft er uns immer. Interessant. Das heißt, er ist gar kein schlechter Kerl. Das habe ich nicht gesagt. Äh... Hm? Hast du etwas gesagt? Äh... Nichts. Ist nicht so wichtig. Ei, ich verstehe. Versuch, dich etwas auszuruhen, ja? Wenn Aloysius gesagt hat, ihr sollt euch hier verstecken, denke ich nicht, dass die Ritter hier nach euch suchen werden. Vielleicht war es eine Fall. Und selbst wenn sie das tun, würden wir euch nicht ausliefern. Nicht lebendig jedenfalls. Nicht, nicht, nicht umsonst. Oder so. In Ordnung. Danke nochmal, Frau Rosser, dass Sie mit uns Menschenhandel betreiben. Ihr seid wirklich sehr nett. Ei, für so einen kleinen Kerl. Weißt du wirklich, wie man selbst in Schwierigkeiten... Gerät... Nein, irgendwie... Wie man selbst in schwierigen Zeiten einen klaren Kopf behält. Im Gegensatz dazu... Was ist denn mit deinem Freund dort los? Er hat kein einziges Wort gesagt, seitdem ihr hier seid. Das ist in Ordnung. Ich bin mir sicher, er wird sich morgen schon viel besser fühlen. Weil er dann drüber hinweggekommen ist, dass seine Geliebte verbrannt wurde. Ei. Okay, äh... Wir können uns also eigentlich auch bewegen da drin. In das Zimmer. Und hier gibt es sogar ein verstecktes Rätsel. Dann machen wir das noch. Machen wir das noch. Machen wir noch. Uh, sieht ja hübsch aus. Ist ein bisschen aus wie die Shetoudier-Shetube. Von Bill Hauer. Beziehungsweise der Keller. Shetatou in Shetube. Von Bill Hauer. Das muss das Zimmer sein, von dem Frau Rosser gesprochen hat, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.